Ich sag, wir müssen den Weg freihalten! Und das andere noch... Das ist ein Türmchen, ne? Kommst doch vorbei, oder? Bumm, zur Not wurde dich rein. So musst du denken, so ist... Verbündete... Boss, da haben da glitzernden Brücken zerstört, da du so toll fandst! Boah, guck mal, was hier alles rumgammelt! Boah, scheiße! Boah! Ich setz mich jetzt... Jetzt! Jetzt muss ich kaufen! Schrocken! Was gibt's denn alles? Alles gibt's! Fast alles schon! Alter, ey! Mach ich mir den! 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 Verstanden! Aber ich würde es ernsthaft nur ein Rezept für machen! Krass! Bau wird begonnen! Das ist nicht so viel, aber was soll man machen? Wollen wir jetzt den nächsten kaufen, würde ich erstmal gerne meinen Typen aufrüsten! Noch einmal! Achso! Mal den! Mach! Schrocken in Arbeit! So! Aber wir haben ja hier noch einen Punkt. Jetzt fehlt bloß noch Energie, aber die brauche ich nicht. Ich hab genug Energie! Siegziel gesichert! Siegziel! Ich hab einen Siegziel gesichert! Bist ein Held! Ja, ich weiß! Jetzt könnte ich theoretisch noch meinen letzten aufrüsten, aber du kannst ihn noch verkaufen! Das ist wichtig! Ich steh mit ihm hier unten! Und halt den hier unten ab! Na toll! Krass! Ich mach die Seite, du machst die andere oder was? Oder soll ich da oben hin? Na krass! Na krass! Ja! Toll! Sie kommen! Ja guck doch! Oder müssen wir eine Minute 28 verteidigen! Nööö! Bis sie kommen haben wir Zeit! Ich mach in der Zeit noch! Oh! Spuck da raus! Was machst du in der Zeit? Ich spuck da raus! Haha! Spuck! So! Macht aber nicht so viel Scham an Gebäude jetzt so! Was ist denn das hier für ein Einzner? Was? Der nervt ja voll! Wer was denn? Der hier! Ach so! Wo die anderen standen, Alter! Hör auf! Hä? Was? Von dem Trupp eben, ey! Hör mir auf, ey! Ach so! Du meinst, sie waren irgendwie auf der Tarkate verstreut, oder was? Jawoll! Ja, sagst du! Geil! Aber volle Sau! Du sagst es doch klein! Wir könnten doch nicht einen Schwabenherrscher haben! Ja! Jetzt schon! Das wär krass! Das wär krass! Der Schwabenherrscher als Standardeinheit, also als... Äh... Ja, als Held! Ja, mein ich ja als Held! Ja, mein ich ja als Held! Das, was wir als Bayblade haben, aber nice! Das ist unser Held! Ist doch gut! Also gehen wir Jungs! Da sagen, da wird gemorscht! Jetzt geht's los! Das ist aufregend! Spürt ihr das Jungs? Nö! Die war nett! Hier, ich mach die hier weg, dass die deine... ...gängste schon mitgehen können! Naja, wir lassen doch jetzt! So! Ich geh da oben nicht hin! Ich geh da oben nicht hin! Zu den Cyborn! Oder Gargborn ist das ja! Weil da der Turm steht! Weil da der Turm steht! Also wie langsam die die Wandenwache ist! Echt? Ach stimmt ja! Die Wandenwache! Die braucht ewig! Hey, die sind getarnt! Du kannst uns nicht mehr sehen! Jetzt reib ich die an! Bäh! Jetzt reib ich die an! Bäh! In der Woche, da steht ein Geschütz! Bäh! 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 Die sind nicht kaputt! Kommst du mit dem Fahrzeug da oben? Ja! Denk doch! Aber! Ein Rezeptor wird angegriffen! Sie sind nicht kaputt! Ich schaue den Rezeptor! Ich schaue den Rezeptor! Und das da ein bisschen! Ich lag da einfach mal auf! Zwei Madu! Was? Hätt' ich mir mal Krieger gemacht. Ja, hätt' ich sagen. Das sind die Anführungsfahrzeuge. Völkerungslimit erreicht, scheiße. Was machen meine Subionten? Sterben die? Ach, ach, blieb! Oh! 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 Nein! Wird ausgeführt! Oh, bei den Schwarmführern das Leben soll das nicht gehen. Wird gebaut! Alles, alles braucht da! Alter! Alter! Wie viel! Wie viel die aushalten! Alter! Wie heftig die Mission hier jetzt ist, wa? Mit der Tyraniden, ja! Geht gar nicht! Ein Rezeptor wird angegriffen! Komm, mach! Mach's davon! Ah! Oh! Alter! Maßarbeit! Ah! Ich setz' doch ein Rezeptor hin! Verstanden! Ich schick' ich jetzt hoch, alter! Alter! Könn' ja gar nicht! Der war richtig! Wird gebaut! Meiner macht halt auch nicht so viel Schaden gegen den Fahrzeugen! Alter! Da kommt jetzt ein Panzer hart! Wo denn? Da! Da! Soll' ich da hingehen? Hallo! Verbündete Infanterieeinheiten sind zerstört worden! Ah, die sind jetzt alle fort! Wirst du da hingehen gegen den Panzer? Boah! Heil dich mal! Scheiße! Scheiße! Ne, das hat nicht gezählt! Verdammt! Guck dir das an, was die mit Schaden machen an den Panther! Ich krieg' das an! Ein Rezeptor wird angegriffen! Gar nicht! Auch wohl Truppen sind von dir gestorben! Du kannst die Krieger machen! Das machen doch, alter! Die Schade! Alter! Aber irgendwie ist das lustig! Wie schlecht die sind! Wieso? Ja, es sind halt keine Anti-Fahrzeug-Typen! Ey, ehrlich! Es sind halt keine Anti-Fahrzeug-Typen! Wird ausgeführt! Alter! Und dafür sind die gegen Infantriegen! Ja, das musst du sagen! Ohne Milch! Gebäude in Arbeit! Dafür sind sie gegen Infantriegen! Alter! Ja, guck mal! Wir haben es dann abgehalten! Aber! Mit Herzklopfen! Du Quatsch! Oh! Die neue Durantenwaffe! Die ist gut! Die hält es aus! Ihr kennt mich! Die hält es aus, die Türkei! Guck dir mal die 400 Torentrupps oben an! Die Fragen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist gut! So muss sein! Oh nein! Maximum! Maximum Schaden! Aber richtig, ey! Maximum! Hau mal lieber die Krieger noch dahin! Ich will die Türkei! 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 Nein! Aber richtig! Ich hab mir gleich noch ein paar geholt! Ja, wäre schlimm, wenn die Türkei! Ah, hier! Ihr könnt da weiter angreifen! Der Scheiße seid ihr! Gegen Fahrzeug! Ja, gegen Fahrzeug! Ja, gegen Fahrzeuge auch! Wo die anderen sind gerade! Da müssen die jemanden! Die zwei Krieger machen bestimmt fünfmal so viel Schaden! Wie die vier... Dings! Ja, da ist Warbos Katschgesicht! Echt? Ja! Bei der Tyrandenwache! Wo ist meine Tyrandenwache? Da vorne, ganz allein! Ach, du wunderschön! Warbos! Kann man schon alleine gehen, ja! Ja, ne! Eigentlich schon! Ist ja nur ne Tyrandenwache! Guck mal, wie die... Wie die der weggemacht wurde! stille! Eines unserer Gebäude wird abgegriffen! Wir haben ein Rezeptor verloren! Ich hab meine Truppe die Ausbildung bekommen... Verstanden! Los, greif ich noch! Oh ja! Warum wird begonnen? Da hieß der, du! auch da genau genau steht auch alles super ja jetzt wo die krieger da sind wird ausgeführt sonst sehr knapp geworden ich jetzt habe ich viel geht jetzt hier stück hast du die gleiche die anderen habe ich alle geopfert wo meine tyrantenwache liegt noch ist ja schön das ist ja schön sonst waren wir den ganzen gemosche haben wir unsere ausrüstung verloren das ist ja schön jetzt brauchen wir den ganzen tag um alles wieder zu finden das war relativ schwer oder also ohne die herzlichen glückwunsch zum sieg oder weil die falschen einheiten sporen mine ausrüstung zum reifen zum reifen hat mir gefallen warum man nicht vor mir brauchen wir nicht gut endlich meine bessere rüstung die mehr als vier als zwei rüstungswert die ist aber ganz schön krass sogar hier aber die standardrüstung hat rüstungswert von zwei ja ich meine aber die rüstung ist ganz schön krass musik mir ist noch eine hohe angucken eigentlich ist es ja keine rüstung ist nur ein panzer ja die macht mehr gesundheit alter alter hat ja noch nicht genug ich habe nur über 3000 aber nur wenn du aufgerüstet sonst habe ich 2700 so wir machen das erstmal oder wohl wärs mit syrn tropen mit 2 antropen vielleicht nicht nähen was hast du an oder da wie na zur erweiterte muskel fern ja 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 sie ist die das ist genial Sporminen brauchen wir nicht. Wohin nicht. Der Panzer. Cool. In der nächsten Mission gibt's Zangenkrallen. Aber die Mann wollte mir für heute Schluss, ne? Ja, klar. Was macht mir Fähigkeit? Spormine ist eine Spormine. Nö, Spormine soll ich... Ich glaub, ich geb mal Spormine weg, wa? Kann ich nicht weggeben. Gut. Ich geb die Spormine nicht weg. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Wollt sie weggeben oder wolltest du das unerwünschte Biomorph verdauen? Beides. Geil, oder? Ja. Das ist einfach geil. So, denn, Leute, bis morgen. Ein Jahrhundert. Ja, mal sehen. Hol den.